Ist es gerecht, wenn zwei Brüder ein und dasselbe tun und nur der Kleine wird dafür bestraft, während der Große unbehelligt davonkommt? So ganz nach dem Motto, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. So erging es nämlich Andreas Vespi. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht Finmar hat Andreas Vespi, den nun ehemaligen Chef der Coop Bank, mit einem dreijährigen Berufsverbot belegt. Der Grund dafür ist, Vespi hat jahrelang durch Käufe von eigenen Aktien den Kurs manipuliert. Bis vor kurzem waren aber solche Aktienmanipulationen in der Finanzwelt gar nicht so unüblich und als Kurspflege der eigenen Aktien auch bei Großbanken gang und gäbe. Urs Grezer, der ehemalige Direktor der Aargauer Kantonalbank, bewertet dieses Urteil als weit übertrieben und unverhältnismäßig. Denn es bestrafe einen Klein und lasse die Großbanken unbehelligt.